Wie in der Einladung beschrieben geht es heute zum Eidersperrwerk. Ja, wer da noch nicht war, sollte da unbedingt mal aufschlagen. Ist ganz interessant. Getroffen haben wir uns am kleinen Plönersee und von dort ging es über kurvige Strecken Richtung Nordsee. Untertitelung des ZDF, 2020 Am Fähranleger Fischerhütte hinter der aufgebockten Fähre befindet sich auch ein Imbiss. Da kann man auch unheimlich gut abdödeln. Musik 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 So Freunde, Ziel erreicht. Eidersperrwerk. Ja, viel los war nicht. Drei, vier Motorräder. Es war wohl doch am Wetter, war morgens noch ziemlich kalt. Nachmittags wurde es dann etwas besser. Musik 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 Und die Rücktour ging dann im Tunnel und am Spärwerk Richtung Heimatwein. Musik Von den Osterleimern musste ich natürlich noch ein paar Aufnahmen machen. Ja, war ein super Tag. Danke an Kalle und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschau. Musik Damit ihr keine Videos verpasst, einfach den Abo-Button und die Glocke aktivieren. Musik Musik Musik